Ich werde komplett zurückdrehen. Komplett. Es gibt kein Morgen. Es gibt kein Morgen. Ich habe es irgendwann gesagt, lasst uns bitte. Ich hoffe, die Fans haben einen friedlichen geilen Abend, eine friedliche geile Nacht ohne Stress, ohne alles. Einfach nur sich selbst und den Verein feiern. Weil die Saison war ja schwierig. Für uns Spieler, für die Fans, für den Verein. Alles egal jetzt. Und für mich, meine engsten Freunde wissen es, ich werde alles auseinandernehmen.